Hallo und Willkommen zurück zu New Super Mario. Prost you. Yo. Okay. Wir haben hier vier so Häuschen, die wir auch noch freischauen können. Wir sind auf der Flucht, wie es scheint. Okay. Ich hoffe, ich bin nicht auf der Flucht. Wie könnte das sein? Ist das das Level mit dem Wassertracht? Warte, umschläft. Ist das auch etwas anderes? Von wem fliehen wir? Vor dem da. Ich wollte eigentlich... Äh, er hat den Block ge... Er hat den Block zerstört. Äh, okay, was brauch' ich nich. Oh mobisch, doch ich brauch' eine ... pray. Ach, nein, mein Geor. Da unten krabbelt er. Ah! Mensch. Was ist das aubilt zu geben? Ich kann mich nicht auf so viel Zeug konzentrieren, aaaah! Oh, sehr gut, das waren ja im S dettaen. Ja. Äh... Mach' mal auf. Becker wie? Ja, er? Oh mein Gott! Wie soll man denn durch Asteronerk Route gebrauchen? mach auf also kommt ihr wieder musste ich schnell sein kommt ihr wieder hoch oder so ja warte warte ich das war nicht ganz absicht oh mein gott guckte die ich sterbe ich bin du bist da rein ja ich bin blöd gespawnt irgendwie in der unsterblichkeitsphase noch schnell nach rechts müssen mensch ja oder stern oder beides nochmal erst mal so schnell die barbein ich habe auch den standvertrag gemacht ich verstehe nicht warum da war ich schneller das kommt der wieder sehr wahrscheinlich da ist er wieder kann ich den abfragen ja ganz das ist ja super dann hätten wir das doch machen aber kommt aber verdammt schnell wieder ja fackelt die vor die auch ab weil da musst du durch okay ich versuche die abwehr zu machen während du durchgehst ja super das ist ja dann schaffen wir das jetzt ja locker das wäre jetzt glaube ich ich bin halt wirklich schnell auch schade so gut ich frage mich ob das level ist doch nicht so schlimm du brauchst leben ich nicht ach das macht keinen weg nach unten sondern auch da okay wir haben drei slots frei schon mal rein nein ich wollte reinschauen da lang das ist das wieder okay er merkt sich was ich nehme den fliege flieger gut der letzte ich weiß ich nicht mehr sicher ich glaube hier nein verbauster danke dafür was aber aber ich wollte aus irgendeinem grund ist da der pinguin drin also habe ich mich auch verguckt aber warum hat man nur eine chance hermann was dazu ist das ist schade wir sollten die auch irgendwie da ist es nicht mehr ich glaube nicht so leicht ja das dürfen wir auswählen oder wie welchen wollen wir die fliege pilz ja ich das ok welchen merkst du dir ich versuche mit dem pilz darum zu merken und ich hoffe der toad ja den toad ok ich möchte zwei das item ist ok ich habe zwar nichts gegen das flugkörnchen wo man gleiten kann aber man kann ja und ab hier gibt es diese seite und das andere was irgendwie der größte witz eigentlich ist auf die hammerhöhle die ist hammer was passiert hier dann ist hammer kommst du mit nach unten nein ich will nicht runter dann nicht ich halte alleine ich habe das kühle kompil haben und alles ich bin runtergerutscht scheiße und erst nimmst du mir den platz und dann rutschte runter stehen bleiben du warst noch in keiner sicheren position ich war noch nicht sicher da ich stand das heißt ich darf jetzt vielleicht alter mein gott rutscht ja scheiße keiner von uns kann kommen wir schauen uns das level an ich werde jetzt nicht aufgeben das ist ja krank das kommt mir eine rutsche gefolgt sonst da oben ist nix mehr glaube ich glaube auch nicht aber ich bin ja da reingefallen was soll ich sonst wenn ich da reinfahre hier können wir den ich wirklich eine option das war nicht ganz das richtige als ich wollte darauf land da war aber siehst du da geht es durch das eis was soll machst du kannst mit mir nicht fliegen glaube ich glaube auch nicht dass das geht ja riskiere du dein leben ich will meins nicht opfern oh shit komm mal her ja hab ich was es ist ne ausgleichsball es geht da nicht rein komisch haben wir was verpasst oder kommt der reingangabe keine ahnung hier drüben ist ja auch fast gar nichts ich dachte kommst du jetzt wieder runter oder bleibst du da oben die wand ist dicht alles klar okay okay aus du denkst ich überlebt das ja das denke ich da müssen wir ein ja das heißt ich muss das machen ja du bist der einzige der reinfliegen kann ich dachte ich bin raus gut dass du auch überlebt hast du hast du ich möchte gerne einer geht schon mal durch das darfst du sagen muss ich fast sagen habe ich ja okay also du wartest hier während ich durchgehe und da haben wir das eigentlich nicht sein wenn ich jetzt treffen weil er unnötig ist deswegen habe ich gesagt du machst das bitte erst wenn ich dort bin kein zeitdruck ach so mir ist gar nicht aufgefallen dass da eine wand war ich dachte der piste schöne von minzen ach so ok ey wir kommen hier aus äh hi wir sind nach der rutschpartie ja geh mal vor oh scheiße das gefällt nicht warum möchte ich da eigentlich hoch oh oh nein du wolltest es unbedingt einsammeln obwohl er ja ich wollte ein power up haben ich meine ich habe ja prinzipiell nichts dagegen aber nicht im tausch gegen dein leben die hammerhöhle die ist gar nicht so hammer ich sehe das problem nicht was ich fand es eigentlich ganz nett bis hierhin bisschen rutschig das ist ein bisschen doof ja das ich meine wir bei pinguin werden aber den hatten wir nicht bekommen warte ok wenn du es schaffst ich war auf dem weg aber leider hat das nicht gereicht da haben wir erwartet nicht auf mich ja da war das nicht okay das wusste ich jetzt nicht so das habe ich auch nicht so erwartet habe ich ein bisschen aufgeführt Ich muss ja auf einmal so hoch fliegen. Oh, Pilz. Kommst du mal her, Pilz? Ich habe schon mal den neuen Boden. Bei mir ist krass, dass auch du herkommen. Aber du bist kein Pilz. Pilz will nicht. Er kommt schon noch irgendwann zu da. Willst du warten, bis er kommt? Auf den Pilz warten. Ja, oder gehen wir da hoch? Ich tue es dir. Was wollen wir denn da oben? Da ging es noch nicht rein. So, ja, da ist doch echt. Aber es reinging, brauchen wir eigentlich ein Power-Up, was wir noch nicht haben. Und ich muss zu dir. Nein, musst du nicht. Ja, der Block ging weg. Also rauf kommen wäre ich nicht mehr. Ja, aber mit meinem Tod wäre händest du links noch Eis gehabt. Ja, warum fällst du denn auch? Ich dachte, du siehst, dass ich komplett am Tod bin. Bist du so schön drauf gelandet oder fest? Ich bin überhaupt nicht schön drauf gelandet. Ich erzähle ich aber nicht. Schön auf der normalen Plattform. Witzensonst landen. Du bist nicht am Eck gelandet, wenn ich es richtig gesehen habe. Welche normale Plattform? Der Hammer hat mich lang seiner Bewegung umgebracht. Der Hammer ist eine normale Plattform. Du bist hier auf dieser Seite gelandet. Da standest du noch perfekte Chancen. Ich war nie da oben. Ich wollte dich echt einsammeln. Doch, wahrscheinlich schon. Hopp. Aber ich geh dann schon mal vor. Ich hab keinen Bock auf dich zu machen. Äh. Kannst du bitte... Okay. Ja, das wollte ich jetzt zwar nicht, aber es hat geklappt. Hui. Hui. Ja, du... Willst unbedingt. Alles gut. Na, okay, gut. Ja. Da wollte ich rein. Ja. Aber... Bisschen riskant gespielt. Ich spiel gern riskant, ja. Service. Geh schon mal vor. Ich drück den Knopf. Ah. Hast du auch nicht genug Zeit? Wollen sie es sich schon. Ach. Okay. Wie war denn dein Kopf? Ich weiß auch nicht, warum der da war. Nein. Gib mir doch mein Power. Geh schon mal. Oh... Nein! Oh... Ja. Ich wüsste dann wieder. Ickerhafter Gegner. Okay. Die sind doch beide gleichzeitig rüber... Ja, wir werden trotzdem gleichzeitig rüber. Mir geht bloß. fliegen kannst okay gut liegt vielleicht nicht ganz ich habe es auch überlebt ja ich stand da oben rum kann man stehen was ich hing da oben rum ich kann mich an die wand hängen für eine weile da ich dann erstmal kann man hier ich habe gedrückt ja alle 44 leben das ist so krass wie das gedraint wurde warte ist da wieder voll was ist voll ist ja alle wieder voll da bist du denn raus haben falls du es nicht für das schaffen dann nehmen wir noch etwas anderes ernsthaft du opfers dein flughändchen aber diesmal eine penguin nehmen wenn du nur mit dem ok merkt er bitte in tod mache ich zwei ich hoffe du bist zwei ich glaube ich habe das wäre schlecht ja zwei mal pinguin 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 gut weiter geht es nein wieso wir haben ein slot und vernunft im sumpf aber nur weil wir einen stern haben müssen wir jetzt nicht raschen ja ich wollte eigentlich nicht sterben aber meine blase hat sich nicht aktivieren lassen kannst du nur von richtigen seite aktivieren nein das stimmt ich treffe die ganze zeit nicht was zur hölle soll ich hier tun ich bin leider nicht nach oben gekommen ja ich glaube aber das sollte nein gut dass du noch lebst ich dachte du schreibst mich gleich an weil ich die jahre nicht erwischt ist da da unten ist das ich dachte nicht dass ich sagst du ein ja tue ich glaube ich musste auch gucken ich bin auch kein flughörnchen ich bin auch kein flughörnchen ich muss mir sagen oh mein gott man sollte da warten oder ich wollte ich wollte es leiden aber der hängt sich automatisch fest ja deswegen muss man warten bis er anfängt zu leiden also das ist wahrscheinlich der intent wirst du das versuchen ich glaube es ist auch unserer weiter plattform aber ich kann nicht wirklich nach oben gehen das ist gut für dich du kannst du einfach haften ich habe hier behindern jetzt beinahe noch ich vertraue dann einfach mal auf dich ja gut das ist doch aber zu zweit blockieren wir uns nur weil wir uns dann gegeneinander anhüpfen ja es ist definitiv nicht leichter nur noch was du willst vielleicht kommt ja noch ein eislevel jetzt sind wir einfach schon ein hörnchen ich glaube nicht dass es noch ein eislevel kann man reingehen ja Ja, vielleicht so gerne auf meinem Kopf. Ja, tue ich. Oh, oh mein Gott. Ich bin doof abgerutscht. Hi. Hi. Da kommst du, glaube ich, nicht mehr ganz hin. Hui. Schön, cool. Ah, ich bin ein Flattermann. Ein Flattermann. Eine Fledermassfrucht bräuchte man als nächstes. Wir sind nicht Badman. Wir werden es auch nicht sein. Oder oben das Geld. Ja, stimmt. Soll ich das Geld holen? Nur für dich? Jetzt geht es nicht mehr. Oh, oh, gut, dass ich lebe. Ich habe gar nicht geguckt, dass du plötzlich eingeblasen warst. Ich habe auch erwartet, dass du lebst, weil du hier oben bist. Und ich da unten drinne. Sicher. Dass du das erwarten kannst. Bist du nicht unten lang? Achso, da ist nur ein One-Up. Das war nur das One-Up. Ja. Genau da, wo die Röhre-Papa... Hier, wo ich gerade verreckt bin. Wo geht es nochmal lang? Ja, schon gut. Dann lauf mal. Dann lauf mal. Kannst du ja nochmal sagen? Nein, ich will mein Leben nicht opfern, wenn ich hier... Okay. Okay, gut, ich habe es geschafft. Aber das ist scheiße, jetzt muss ich das machen. Ja. Also, naja, ist relativ... Ich kann ja auch rolljammen. Ah! Um Himmels Willen! So fällst du denn auf einmal! Ja, das hält nicht ewig. Ja, aber du rutschst doch davor! Du bist ja jetzt absichtlich gefallen! Hä? Nein, ich drücke und... Okay, er rutscht. Ja, genau. Und das war gerade eben nicht der Fall. Du hast gerade eben einfach gefallen. Du hast gerade einfach losgelassen. Ich habe... Also, ich habe eins gedrückt gehalten. Ich weiß nicht... Muss ich auch die Wand... Also, ich habe halt nicht nach links gedrückt gehalten. Ja, natürlich. Du musst in die Richtung der Wand gedrückt gehalten. Ja, das habe ich nicht gemacht. Du musst eins gar nicht gedrückt halten. Du musst nur in die Richtung der Wand gedrückt halten. Achso, andersrum mal, als ich es gedacht habe. Ja, das Eins ist ja nur Rennen. Das ist ja egal für die Wand. Bleib mal am Leben, Kleiner. Äh, ich versuch's. Hui. Hui. Alter, ist das... Was ist denn das für ein Block? Das gefällt mir auch überhaupt nicht. Äh, ja. Ich kürze dann mal ab bei... Oh, cool, danke. Ich brauch's zwar nicht, aber... Ja, du brauchst es zwar nicht, aber egal. 88 Leben hat er. Ja, habe heute noch ein bisschen was aufgehoben. Ja. Ich habe doch viel zu viel wie du. Schon witzig. Das stimmt wohl. Hackt im Einlimm. Gut, was kommt denn jetzt? Jetzt sind die nicht alle wieder da. Verstehe ich nicht. Wie sieht's denn aus? Willst du jetzt eigentlich einen Partwechsel machen oder ziehen wir die noch durch? Ich hoffe, dass nichts Schlimmes langes dabei. Brennende Klee... Oh, ich weiß, was für ein Level das ist. Ja, viel Feuer hier. Ja, sehr viel. Ich nehme's dann mit, ja. Ja, klar. Ich wollte auch nicht reinlaufen. Das gefällt mir nicht. Ich glaube nicht, dass ich mein Power behauptet werde. Okay. Nein, A hat leider auch nicht. Man müsste... Ich bin nicht gesprungen. Muss man da echt drauf landen? Ich wollte eigentlich gleich durch, aber es sieht nicht so aus als... Ja, das ist doof. Ah, super. Was soll's? Woh! Bist du da was? Nein, ich glaube nicht. Ich habe eh schon was eingesammelt, das sie direkt reinnehmen. Aua. Das war ein bisschen zu überheblich von mir. Ja. Oh, das kommt nicht so aus. Das hat nicht so ganz von der Reichweite hergereicht. Ja, du kannst versuchen, dieses Ding einzusammeln. Äh, ich glaube nicht, dass das zu mir kommt. Ja, zu dir. Ziehen wir es halt mal kurz drüber. Okay. Warte, warte, ich will trotzdem wissen, was hier ist. Na ja, ein Leben. Okay. Okay, der unten wäre man. Ich glaube, ich will es doch nicht versuchen. Oh mein Gott. Okay, du bist durchgekommen, krass. Ja, aber weil du im Weg warst, kann man wirklich getroffen, weil ich nicht das machen. Ja, genau, das wollte ich auch nicht machen. Ja, ich war von Anfang an rechts und habe gesagt, ich mache zuerst und dann bin ich zurück, weil das Zeitpunkt, der Zeitpunkt scheiße, aber hier muss man rein. Ja, ist mir klar, dass man da reinmacht. Gut, dass du nicht blind bist. So, jetzt hörst du die Flasche. Tabstep Luigi. Ah, das schaut ja schön aus. Ich habe zwei Versuche. Viel Spaß. Das ist die richtige Methode gewesen. Ich weiß, ich weiß, das war die richtige Methode. Ja, du schaffst es. Ich folge dich auch, Mann. Gut so, Luigi. Du kriegst aber noch ein Power-Up. Und das Gute ist, du musst nicht einmal zurückkommen, weil ich hier bin. Ich verzichte auf meine Feuerblumen. Ja, ich habe sie aus, was er mir da gesammelt. Na ja, egal. Ich hoffe gleich los. Ah, ah. Oh Mann, habe ich. Trotz gutem Timing habe ich es komplett vergeist. Ah. Okay, du lebst noch. Was fehlt dir dritte München? Ja, die kommt wahrscheinlich noch, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch schlimmer wird. Hier gibt es auch keinen Half. Hier, hol dir. Ja, gibt es in keinem von diesen Leveln in dieser Welt. Das finde ich nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich da noch mitkommen kann. Okay, kann ich scheinbar tatsächlich nicht. Gut, du gehst da rein. Anscheinend war das nur ein. Ich habe eigentlich A gedrückt, aber anscheinend da lag das gegessen, weil ich getroffen wurde. Die Wand links würde ich eigentlich gerne überprüfen. Aber vielleicht, also wenn die Münze nicht kommt, dann wäre sie wahrscheinlich da drin. Oh, warte mal, da ist ja ein Loch. Äh, ich weiß nicht genau, warum du dann langsamer warst. Kein Schimmer. Alles fließt. Okay, ist egal. Hui, hui, hui. Schön gemacht. Jetzt müssen wir ihn ja wieder raus. Irgendwie. Ah. Ja. Ja, genau so. Schon klar. Schon gut. Hättest du auch gemacht. Ja. Hätt ich auch gemacht. Hä? Ah. Also ist schon... Oh nein! Meine Fresse! Guck mal raus. Wollte ich halt noch warten. Scheiße, ich habe ihn schon gesehen im Vergleich zu dir. Du hast ihn anscheinend noch nicht gesehen. Ach, scheiße, Mann. Geh weg, Alter. Da bist du nicht sicher. Wo? Da bin ich nicht sicher? Hier bist du schon sicher? Okay, ich meinte da unten, wo du gerade eben noch warst. Gut. Weil ich wollte jetzt nicht sterben, kurz vor Schluss. Warte, warte, da ich will eigentlich gerne mit dem Pilz einsammeln. Na gut, du versuchst es dann einfach und ich komme danach. Ja, warte, ich muss nachkommen. Mit F. Tschüss. Nein, mein Pilz, mein Pilz. Oh. Es ist noch nicht vorbei. Ich weiß, was ich im Kopf hatte. Das kommt gar nicht hier. Ich hatte New Super Luigi im Kopf. Weil da... Wärst du so eng zwischen die Dinger eingequetscht, dass es... Nein, 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 danke scheiß drauf. Das ist unglaublich. Da ist dann... Da einer, da einer, das springst du also durch. Okay. Wir lassen das dritte Projekt sein. Nein, das machen wir schon irgendwann. Du bist ja eh Nebitt. Oh. Kannst du eh durchraufen. Lol. Ja, okay, das ist natürlich dann ein bisschen OP. Wie sieht es aus? Nimm einfach ein random... Oder lies den Titel des Levels und dann entscheiden wir, was am sinnvollsten wäre. Hä? Was tust du? Ich mach jetzt mal das Haus hier. Okay. Wie wollen wir, Flug? Naja, ich denke, das ist am coolsten. Okay, ich merk mir die zwei. Ich mag Pingü nicht so. Hast du dir Bowser gemerkt? Nein, ich habe zwei gemerkt. Ich weiß nicht, was ich hier in der Hand hab. Jetzt schmeiß rein. Oh nein. So, wieder zwei Flugpilze. Sehr schön. Die sind lecker. So lecker, dass wir sie im nächsten Level essen werden. Oder? Ja, noch nicht. Gut, wir werden nicht vergessen, weitergessen im nächsten Part. Ciao. Tschüss.